X-Faktor-Jury Neben Sido, dieser Musiker sitzt in der X-Faktor-Jury Neue Details zum X-Faktor-Comeback, international ist die Show schon seit Jahren mega erfolgreich. In Deutschland hingegen konnte sich das Format im Jahr 2010 trotz Starbesetzung nicht so richtig durchsetzen. Nach drei Staffeln war es dann auch schon wieder vorbei. Mit einer sechsjährigen Pause wird die Castingshow jetzt neu aufgelegt. Rappersedo, 37, steht dabei schon lange als erstes Jury-Mitglied fest. Nun wurde ein zweiter Juror bekannt gegeben. Bisher schien es so, als sei der neue X-Faktor-Anlauf ein kleines Familienprojekt. Neben dem mein Blog Interpreten wird auch seine Frau Carlote würdig, 39, auf der Bühne stehen allerdings als Moderatorin. Der zweite von insgesamt vier Jury-Sitzen geht jedoch laut Mitteilung des Senders Clans an kein Mitglied der Würdig-Familie, sondern an einen in Deutschland noch relativ unbekannten Sänger-Song Vreta aus New York, alias Leons Head war bisher vor allem als Warmu für Künstler Vieh, 28, oder Milky Chance unterwegs. Sein erfolgreichster Song Winnie-Wake-Hub erreichte über eine Million Vives im Netz. Bleibt noch abzuwarten, wer die anderen beiden Juroren-Posten einnehmen wird. Klar ist, wird sich nicht nur neben behaupten müssen, er tritt auch in große Fußstapfen. Immerhin wurden die Kandidaten bisher von Stars wie Sarah Connor, 37, Till Bröner, 46, HP. . Barks Star, 54, und Moses Pilham, 47, Gekko 8. . 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